Musik 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 So, herzlich willkommen zur zweiten Folge zu unserem 100% Guide für Ratchet & Clank Rift Apart. Den ersten, den ich nenne ihn mal Prolog, haben wir durchgezockt, hat alles gut funktioniert, gab es ja nichts zum Sammeln, also nicht, dass ihr denkt, ihr habt hier irgendwie im ersten Level was übersehen, habt ihr nicht, da gab es nichts und deswegen machen wir uns jetzt gleich an den zweiten Level. So, für Cutscenes blende ich mich aus. So, weiter geht's. Die ist da gerade ein Drachen von einem Lohr. Die ist da gerade ein Drachen von einem Lohr. Die sind da gerade drüber bei ihm flogen. So. Also immer schön Muttern sammeln, damit wir schön Waffen kaufen können, die wir dann auch aufleveln dürfen. Hallo? Also bisher gibt's hier noch nix, außer nach jedem Schraub, Muttern, wie auch immer ihr es nennen wollt. So, hoch mit uns. Wie gesagt, grafisch ein lecker bisschen dieses Spiel. Sieht wirklich richtig nice aus. Mit Raytracing und und und. Hier, äh, bevor wir das auch machen. Ich werde hier das mecken. Ist da noch was? Ja, so habe ich das auch verstanden, wenn ich ehrlich bin. Der Bazaar ist übrigens da unten. Zeige ich euch. Ist einfach nur hier knapp geleiden. Ui. Hatte ich es mal ohne Propeller, weil wir haben ja kein Klenk dabei. Okay. Da kommen wir noch nicht durch. Bis dann später. Also hier, um das hier zu. Lündern. Ah. Grüß dich. Hättest du deine Bestellung vergessen? Na dann nur herein. Mist Zorkon kann dir Waffen verkaufen. Aber du musst viel unauffälliger sein. Sonst kann der Widerstand nicht überleben. Der Widerstand? Hä? Oh, entschuldige, Herzchen. Mist Zorkon ist noch eine Anfängerin in Sachen... Spionage. Ich... Hey, das ist die Geiselbein. Klink! Klink! Ja? 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 Nein. Ich muss diesem Schiff folgen. Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Hörtenraumschiffe dürfen hier weg. Alle anderen... Das Phantom kann helfen. Folge einfach dem Bild zum Club Nefarius. Dort wirst du ihn finden. Club Nefarius, alles klar. Oh, und gut gemacht, Agentin Zorkon. Das ist ja so aufregend. Wie es im Club Nefarius wohl klingen mag? Bestimmt cool. So, also wir müssen jetzt auch eine Map... So. Wir hauen erstmal... Ich hab vorhin schon gesehen hier dieses... Erstmal einkaufen. zu einer Party machen? Aber hallo! Der Partypilz ist die Waffe für dich! Ach, der Partypilz, der ist echt nice. Sehr gute Waffe, ne? Ich zeige euch nachher gleich, wie der umzugeht. So. Raritanium. Genau, was wir brauchen. Da haben wir noch mehr Raritanium. So, da gehen wir aber noch nicht lang. Also, wir müssen zum Club Nefarius. Der ist hier drüben. Ja, wo ist es? Der wird auch die Baseline schon kommen. So sieht's aus. Das klingt ganz nach einem Club. Ja. Ist korrekt. So, dann unser erstes Collectible findet ihr hier. Der Kreggerbär. Für diese Area. Es gibt immer einen Kreggerbär pro Area. Und der ist dieser, der erste für euch. Hier. Hier. So, auf in den Club. Club Nefarius. Club Nefarius. Wo ist der Club Nefarius? Da unten ist er. Schrauben eingesammelt. Nicht vergessen. Immer schön Schrauben sammeln. Leute, dann könnt ihr nämlich immer schön die neuen Waffen kaufen. Und... Gibt ja fast in jeder Area eine neue. Teilweise sogar zwei, drei. Also ganz, ganz wichtig. Da, die Türsteher sind am Start. Wir gucken aber erstmal noch hier hinter. Da, 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 da. Funktion. Schrauben natürlich. Hier hinten seht ihr hinterm Club. Gibt es dann Raritanium. Aber da kommen wir erst später hin. So. Wofür wir Raritanium brauchen, das zeige ich euch dann später. Wenn wir es dann tatsächlich mal genutzen. Servus Jungs. Hier. Also Musik ist gar nicht mal so schlecht. Oh oh. Ich glaub's nicht. Die erste Mission seit langem und die Tarnop fliegt auf. Das Tantone? Ist's geht? So. Weiter geht's. Ich kümmere mich um sie. Sonst verfolgen die das Phantom noch. Ach, das ist diese Pilzwache. Wie ihr seht. Das war das Phantom noch. Das ist ganz lustig. Eines voller Typen in Olo-Verkleitung garantiert das Phantom. Das ist nicht zu fällig. Also diese Pilze schießen dann natürlich Bowls. Am Anfang sind das relativ wenig. Aber später werden das dann mehr. Ding dong. Ah. Mehr Raritanium. Phantom, warte. Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab gehört... Keine Namen. Du wirst schon cleverer sein, wenn du in den Widerstand willst. Neuling. Neuling. Glaubt jeder, dass ich beim Widerstand bin. Ich darf... Raritanium ist da. Also ich werde jetzt hier nicht bei 100% Geld auf alle Raritanium-Dinger eingehen, weil ihr mehr als genug findet. Hier, Junge. Auch jeder Gegner droppt natürlich schön Schrauben. Ich weiß, Leute, mein Aims ist nicht das Beste, aber hey, es reicht. Okay. Okay. Kommt da jetzt jemand raus? So, erstmal alle Gegner eliminieren hier. Pick that. Oh, seht ihr das? Schrauben ohne Ende? Also ohne Ende. Natürlich. Pass auf. Ich zeig's dir gleich. Wir sammeln hier nur noch schnell den Stuff ein. Ah, kriegen wir auch unsere Munition. Zack. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, a la Mario 64, einen Wandsprung zu machen. Ui. Ich kann nicht, in welche Richtung es richtig geht. Ich glaube, wenn die... So. Dass wir hier die Kisten plündern. Jawohl. Und dann... Lass die hochziehen, damit wir dann da rüberkommen. Dann können wir hier wieder einen Wandsprung machen. Könntest du bitte stehen? Bleib! Ist das hier so eine Attest? Ist es, oder? Playstation 5. Also der Controller macht auch immer Geräusche hier, wenn ihr da zum Beispiel gleitet und so. So. Für Raritanium nicht vergessen. Ui. Da ist er! Der Pilzball aus dem Klub! Oh Mann. Ich komm schon klar, Phantom. Richtig in Sicherheit. Das war irgendwie Moch jetzt gerade. Egal. Ich bin für gar nichts, aber er geht jetzt drauf. Sehr schön. Also nicht so schwer. Wie gesagt. Insgesamt des Schwierigkeitsgrad, also auf einem normalen Schwierigkeitsgrad rede ich jetzt natürlich von dem Spiel. Wenn ihr auch ein bisschen eine Herausforderung wollt, soll ich dir ein bisschen mehr als normal Schwierigkeitsgrad machen. Weil, äh, der normale ist schon nicht sonderlich. Auch wenn ich jetzt gerade dadurch getroffen werde. All right. Ist was? Zumindest bisher. Ganz wahrscheinlich steht einsammeln hier. Die ganzen Muttern. Die Schrauben. Wie gesagt. Dann können wir uns immer schön neue Waffen kaufen. Aus dem OMM-Munitionen und Keeling ist auch am Start. Ihr seht links oben übrigens meine Energieleiste 20 von 20. Und auch meine XP-Leiste. Also, wenn ihr dann mehr XP bekommt. Nicht übel, Neuling. Danke. Shh. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey. Was fange ich damit an? Hm. Das können wir brauchen. Okay, Neuling. Versuch deinen Phantom-Sprint. Phantom-Sprint? Gegner kann nicht fahren. Was zeitweilig nicht existiert. Dann müsst ihr einfach Kreis drücken. Dann könnt ihr euch jetzt durch solche Barrieren durchziehen. Ihr seht eigentlich auch ganz cool gemacht aus, finde ich. Entschuldigung. Wollt ihr keine verpassen, Alter? Ich wollt nur an dir vorbei. Okay. 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 Gut. Gut. Also, hier springt ihr dann natürlich. Aber wenn das natürlich so Slow-Mo ist. Mittendrin ist natürlich richtiger Much. Hier rüber ist auch nicht so schwer. Oh ja. Soll ich mich so dumm anstellen? Ja. Ja, genau. Hier. Also, funktioniert es sehr gut. Also könnt ihr ja dann ein bisschen euren Sprung verlängern, ne? Ja, sorry, Digga. Ich muss aber erst mal hier den Schiller einsammeln. Ah, Raritanium. Auch wenn es so wirkt, als müsstet ihr ihm schnell hinterher. Ihr müsst ihm nicht schnell hinterher. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Ah, Lombaxer. Du bist genauso stur wie sie. Warte, du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Silph. Machen wir einen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns um. Hat zwar nicht meine Frage beantwortet, aber okay. Wie komme ich auf das Dach? Ich komme hier. Halt du dich. Ich bin so stolz. Ein Teil der glorreichen Visionen des Imperators zu sein. Erst mal ein Kühlpferd möbeln. Jetzt sind meine ganzen Schrauben runtergefallen. Lost. Alright. Jawohl. Also wir haben gut Muttern gesammelt. Raritanium haben wir auch, glaube ich, ganz gut. Wow. Das war knapp, Alter. Healing ist voll. Brauchen wir nicht im Moment. Entschuldigung, Jungs. Ich wollte eigentlich nur die Viecher hinter euch erwischen. Nicht euch vermöbeln. Wui. Wenn wir jetzt auch einmal ein Stück machen können. servus ich zeige jetzt mal auf wo man wofür man dieses raritanium verwenden kann du kannst nämlich die waffen die du hast auch aufrüsten also sollten hier 1 kannst du hier kaufe waffenrüstung und ein munitionslimit das können munitions und so weiter ihr seht ihr es als sehr sehr nützlich goldzelle ihr müsst immer alle dinge die aneinander liegen quasi freischalten und dann könnt ihr das in der mitte schaltet ihr dann quasi automatisch frei wenn ihr alle anliegenden kästchen freigeschalten habt ihr braucht je nachdem was für ein skill das ist ein raritanium 2 gehen mal hier so blaster pistole kannst du auch noch hier also ich kann ich nur empfehlen das macht es natürlich deutlich einfacher wenn ihr die waffen mit denen ihr das merkt ihr hauptsächlich zockt wenn die natürlich als erster upgrade bei mir ist tatsächlich ich bin viel im blaster unterwegs natürlich macht es sind hier so diese diese ding frei zu schalten gucken uns auch mal ist der partikel ja im moment sieht hier braucht man auch immer nur eins dafür sammelt ihre aritanium also daher sehr sehr wichtig ja das ist die granate das dürfte uns aber dann auch gleich der stoff ausgehen die letzten sechs ich glaube dafür reicht es noch vielleicht noch einzelnen pilz einballern und das war's der in vollstrecker ich glaube das haben wir schon gemacht so und dann sind wir auch schon wieder also wie gesagt raritanium sehr sehr wichtig schön sammeln aber es gibt mehr als genug ihr könnt mehr raritanium finden als ihr upgrades auf eure waffen machen können so wieder habe ich euch schon verraten spielerisch durchgespielt das ist ein spa zunächst so das heißt wir müssen erst mal gut mit gehen von Nefarius City. Dies ist die Stimme des Widerstands. Dies ist die Stimme der Wahrheit. Die Wahrheit ist, wir müssen reden. Der Widerstand. Die wachsende Anzahl Bürger, die die Nase voll machen von seiner Diabolik Entschuldigung. Das heißt hier, aber habt ihr oft in dem Spiel wo ihr einfach alle Gegner im Areal killen müsst, um weiterzukommen. Ist aber klar, ist eine Art Shooter, sag ich mal auf dem Fall schwindet. Diese kleinen Gegner macht ihr relativ easy. Jetzt habt ihr mit Kreis auch wirklich die Möglichkeit, mit diesem Phantomsprint gut zu dodgen. Also ich nutze den dafür zumindest. Gerade für den Nahkampf ist es sehr, sehr praktisch. So, jetzt waren wir beim Eingang. Wir müssen uns gewachen, aber ein bisschen aufleveln, deswegen am besten nochmal benutzen. Take that. Schöne Granaten am Arsch. So. What else? Was ist das? Oha, oha, oha. Da hinten aber noch irgendeine Banate. Leveler. Banate hat Müll. Hallo. Oh, jetzt haben wir ihn halt aufgepasst hinter mir. Jedes Mal, wenn ihr ein Level-Up mit einer Maffe kriegt, ist eure Munition wieder voll. Auch ganz praktisch und gut zu wissen. Und egal, das war richtig lost. Habe die Pils. Da hinten sind ein paar Dudes. Inze, macht ihr auch was? Oder chill dir nur. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Vollstrecker Level 2. Und wie das die Munition voll, wie ihr seht. Vollstrecker ist eine sehr gute Waffe, wenn ihr Gegner habt, die sehr nah bei euch dran sind. Nefarius-Turm, ich komme. Ja. Wow. Woher weißt du, wie man... Ich hab wohl einen Nerv getroffen. Okay. Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefarius-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Was hast du vor? Diese verkomene Welt niederreißen. Und zwar von innen. Cooler Abgang. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazaar kommen? Sonst haben wir keine Probleme. Der Typ ist gerade hops genommen worden. Und du? Wie soll ich denn von hier zum Bazaar kommen, Digga? So, erst dann Munition wieder auffrischen, Leute. Ich hab hier einiges liegen lassen. Ja, tut sie. So ist Zeug eingesammelt, Digga. Damit wir hier... Nein, ja. Das sollte klappen. Das sollte klappen. We go. Okay, jetzt muss ich nur noch... Uh, ist das schnell. Rüber zur Statue. Hilfsch einsetzen, ein Raubschiff holen und dann... Blank auf Sargasso finden. Bin unterwegs, Kumpel. Halte mir noch ein bisschen durch. So, wir sind wieder am Main Space. Hey, Süßer. Eins hab ich vorhin vergessen. Ein Spionbot für unsere Freunde vom Widerstand ist in der Fabrik verständ. Vielleicht kannst du ihn ja wohl in. Ein Widerstandsspionbot klingt nützlich. Könnte ein Blick wert sein. So, neue Waffe ist natürlich da, aber wir haben noch nicht... ...was wir dafür brauchen. 5.000, brauchen wir. Wir haben 4.054. So, auf geht's. Wir gehen zum Rift, um uns ein Ausrüstungsteil zu holen. So, dazu müsst ihr wieder in Richtung... Also, ich zeig's euch mal auf der Map. Müsst quasi hier runter. Richtung... ...Varios Club erstmal hier, ne? Hier links runter. Geht hier vorbei. Und dann findet ihr hier auf der linken Seite von Rift. Und da müsste ich hier drüber springen. Hier gibt's natürlich Baritanium. Ich würde mich liegen lassen. Ihr denkt, das ist mein erster Versuch? Dann leider nicht. Gar nicht so einfach. Muss ich euch echt mal zugeben. Weil's ein bisschen schwammig von der Steuerung her ist. Muss ich auch noch ehrlich zugeben an der Stelle. So. Ich nahm erst mal die Lübi ab. Dann wieder mal irgendwie so mitten in der Luft der Riftstadt. Ist der Schütze. So, dann über den Arm hier. Boing. Boing. Weil wir den Lübi gleich ab. So, wenn wir uns nicht auf den Kinks gehen. Wieder auf. Das du Moch. Jawoll. Und das war's. Gott sei Dank. Und dann habt ihr... Welches Item ist das? Roboterverkleidung. Eins von drei. Dann zurückkommt ihr wieder über dieses Rift hinaus. Wo jetzt weiter? Ah, da. Hier rüber. Sonst noch was? Und ansonsten muss ich glaube ich jetzt wieder darüber, oder? Jawoll. Also es geht auch ohne den Phantomsprint da nun mal so für euch zur Info. Funktioniert auch so ganz gut. So Leute, äh, um an die Golden Bowl dran zu kommen. Ist ein bisschen tricky. Wir gehen einmalig hier runter. Wieder in Richtung Club. Das heißt, in Richtung Club. Wir gehen zum Club. Hier runter. Und auch durch den Club. Hier ist die Moch hier wieder an. Richtig nice. So. Dann seht ihr einmal hier, wenn ihr kurz durchlinst. Hier. So. Hier rüber. So, wenn ihr da kurz mal durchschaut. Hier seht ihr das Golden Bowl. An wie er an die herankommt. Ich zeige euch das. Ihr guckt einmal hier. So. Dann zieht ihr euch hier durch. Und dann holt ihr euch die Bowl. Eure erste. Sehr nice. Sammelt Gold Bowls und Belohnungen. Freizeh die Belohnungen im Menü an. Ich zeige euch das jetzt auch mal. So, dass ihr das jetzt beim ersten Mal auch seht. So. Sammelobjekte. Ja. Gold Bowls. Du hast eine Gold Bowl gefunden. Jeder gewährt dir Zugriff auf eine einzigartige Belohnung oder einen Cheat. Also. Ah, wir gehen nochmal auf die Sammelobjekte. Ja. Hier haben wir noch nichts. Durch die Golden Bowl haben wir jetzt die Möglichkeit unseres Schlüsseldesigns. Unser Schlüsseldesign ist ja der Hammer, mit dem wir hier Nahkampfangriffe machen. Können wir den also optisch verändern. Ich nehme jetzt mal Gold. Hier. Ihr seht es jetzt auch. Mein Hammer da ist Gold. Und das ist jetzt erstmal der erste Cheat. Cheat in Anführungszeiten. Halt eine optische Veränderung. Die Frage ist jetzt bloß, wie komme ich eigentlich zurück, Digga? Wahrscheinlich runterjumpen oder was? Das ist ja... Also das finde ich gut gemacht. Alles klar. Na ja, dann kommen wir so wieder auf den Marktplatz. Auf den Hauptmarktplatz. So, dann gehen wir erstmal hoch. So. Da wollten wir aber eigentlich noch nicht hin. Wir wollen hier hin, für die zweite Boot. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist sie. Da, da, da. Dazu, wie gesagt, einfach hier vom Hauptmarkt mit dem Aufzug hoch. Das könnt ihr erst holen, übrigens, wenn ihr diesen, äh, Dings habt. Diesen Handschuh, damit ihr das hier auch tun könnt. Whee! Bam! Dann seid ihr jetzt hier auf der Seite. Könnt ihr das Zeug kaputt kloppen. Für the Bowls. For the Bowls. Und da ist die Golden Bowl. Very nice! Zwei von 25. Wir haben das Rift. Und, und, und. Jetzt fehlt uns nur noch der Spion-Bot. Es fehlt auch noch eine Goldene, eine Goldene Bowl. Aber die suchen wir jetzt auch gleich. Die zeige ich euch auch noch gleich. So. Die Fabrik ist übrigens hier drüben. Weiter. Da, wo die alle hinlaufen, hier. Da können wir dann den Spy-Bot holen. Ah, da müssen wir wohl was tun. Da, wir nehmen mal fest gleich mal unseren Golden Hammer. Sehr nice. Britannium nicht liegen lassen. Mache ich ab und zu mal die Map auf, dass ihr auch seht, wo wir wirklich sind, ne? Eliminiert? Ich sollte lieber schnell zur Verladerampe. So. Dann machen wir das doch mal. Vorsicht, ich arbeite hier. Wir müssen heute Nacht noch eine Million Imperator-Nefarius-Gedenkstatt-Betten verschicken. Und wir können die Raritanium-Ladung finden. Ja, ja, ja. Komm, quatsch mir mal hier nicht voll, Digga. Aller unser Kreuz zu tragen. So. Wir sind in der Fabrik angekommen, um eben den Spy-Bot zu holen. Hält mich ja hin. Das war gar nicht so easy. Kann sagen, schnell weg hier. Zack, wieder der Wannsprung. Ihr müsst also, ihr seht sie da hinten vielleicht schon leuchten. Jawohl. Das hier ist manchmal gar nicht so easy, aber funktioniert. Glaubt es mir. So. Und das ist die dritte und letzte Golden Bow. Und damit haben wir alles gefunden. So. Einen Abweichler. Ah, ja. Glauben wir mal so für euch, dass ihr seht, wo wir hier auf der Map sind, ne? Ereignisse der Omega-Stufe oder sowas haben, wenn alle hinter ihm her sind. Die Verladerampe muss da vorn sein. Wo, 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 wo. So. So. Hier in der Minde erstmal Ammunition. Schön. Und natürlich Boats. Wir können uns auch dann die neue Waffe kaufen, Leute. Einmal hier rüber. So. Einmal hier. So. Einmal hier. Digga. So. Und dann geht ihr einfach hier durch. Wie gesagt, ihr könnt euch hinter euch umsehen nach genügend Laritanium. Da liegt einiges rum. Weiter geht's, um den Bot zu holen. Wie gesagt, hier, äh, Britannia. Nicht vergessen. Immer gut für Upgrades ETC. So. Dann ballern wir den GGS mal. Piss dich. Äh. Bäm, Junge. Jawoll. So. Also ihr seht ja, den Spion-Bot zu holen ist ein bisschen aufwendiger. Also, aufwendiger. Und wir uns zeigen, ne? Also. Ihr müsst tatsächlich ein bisschen was tun. Der Dude ist da. Wollen wir mal ein bisschen Waffen wechseln? Ansonsten ist der Blaster aufs Maximal-Level und die anderen Waffen sind nur hoch. Ist nicht gut, kann ich wirklich sagen. Wir später probieren. Oh, oh. Wie gesagt, das Ding wird gut bewacht. Oh. Partypilz ist da. Digga, was geht denn jetzt? Ja, Zeit wird's auch, Digga. War ja doch aufwendiger als gedacht. Hier nochmal, dass ihr seht, wo wir auf der Map sind. Und jetzt wird auch der Spion-Bot angezeigt auf der Map. Zack, 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 zack. Hier. So Leute, wir sind zurück auf dem Markt, um an der Story weiterzufallen. Collectibles haben wir ja alle eingesammelt für diesen Level. Wir kampfen jetzt hier erstmal noch den Negathron-Beschleuniger. Den holen wir uns. Genau. Dann würde ich sagen, wir gucken auch mal, was wir so aufrüstungstechnisch so machen können. Letztes Mal ist der Vollstrecker etwas zu kurz gekommen. Deswegen kriegt er jetzt eine Sonderbehandlung. So, der Partypilz ist so gut wie gemacht. Sonst machen wir auch den Negathron-Beschleuniger. Pflasterpistole ist auch wieder Optionen da. Es schalten sich natürlich auch immer mehr Kästchen frei, desto mehr ihr quasi Levels aufsteigen. Oh yeah. Möchten Sie was kaufen, Mr.? Möchten Sie was kaufen, Mr.? Möchten Sie das durch, wenn ihr den Handschuh habt, ne? Vorher geht's natürlich gar nicht. It's Action-Time. Nefarios Platz. Was will der jetzt? Wo kommst du überhaupt her, Digger? Die Check, man. Oh, was geht jetzt ab? Ah ja. Hallo. Oh, ist cool, Mann. Digger, ich muss mal ein bisschen mehr dodgen jetzt. Wie ein Schmutz, Digger. So, jetzt reist der jetzt. Das muss einfach nur in den Ding kommen. What? Ach so, hat mich weggeportet. Dachte schon, wie hat der mich jetzt erwischt, Digger? Nichtsens war es ein Rundtunnel. Ach, du. nennt wirklich gut und trotzdem reicht es also dass der noch ich habe mich auf easy oder so ist das auch normal oder rebellen agent nennt sich das in dem spiel das ist der standard schwierigkeitsgrad in ihr auswählt wenn ihr ein neues spiel startet aber ihr seht es ist nicht sonderlich schwer so jetzt kommt was das finde ich ehrlich gesagt etwas nervig dieses hacken mit dieser komischen spinne ich bin entschuldige das geholtere von vorhin es läuft nicht besonders gut und ich glaube du bist die einzige die mir jetzt helfen kann danke erkläre ich das jetzt gleich mal hier sind jetzt quasi dieses spinnen ding da und wir sind da drin und müssen hier hier wie ihre bekehlen und und am anfang ist das alles noch relativ entspannt späteren der wir werden dann etwas anstrengend sag ich mal und auch etwas verwirrend ihr seht hier jetzt schon mit diesem seitlich hochlaufen und so es war schon spaß ist ja damit teilweise halt einfach mal eben hier auf die leite eine gewaltt so ihr seht oben so fünf solche großen viren die müssen alle besiegen schaffen wir das sind wir durch und haben hier den ganzen level mit weit collectables gibt es hier noch nicht so wir haben schon zwei von viren links oben seht ihr unsere energie das sind 84 von 100 gerade weil ich gerade getroffen wurde da ist schon nochmal vier das war's schon ihr denkt euch jetzt ist es sehr easy gewesen ja der erste level ja später ist nicht mehr ganz so easy du hast es geschafft glitsch willkommen zurück einmal hoch majestätische majestät und los geht's so desfalle kamrons fünf planeten zerstörungskanonen und ein überwachungssystem für die gesamte stadt würde nur dieser blöde dimensionator noch funktionieren ja 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 ich komme ja nein 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 ja wenn ich etwas ich komme ja 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 ich komme Und zu ein Passwort, ich bin der Imperator, ich kann dich auch einfach vernichten. Bringt mir diesen Lombard! Also, dieser Dimensionator wurde gestohlen von Dr. Nefarius und er brachte dich damit hierher? Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten. Und heimreisen. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Dr. Nefarius gibt, aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir haben gegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh je! Gut festhalten! Oh, pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten. So Leute, und das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt alles finden können durch meinen Guide. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da gibt's auch wieder 100% vom Level. Haut rein! Was fato? Ja! Ich hoffe, ihr voix Hab!